So liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade im wunderschönen Livestream, denn ihr wisst ja, wir spielen immer GTA Online einmal pro Woche auf Twitch. Ja, das heißt, wenn du, oh Gott, okay, das gucke ich mir gleich an. Wenn du, äh, wenn du GTA Online mal mitspielen möchtest, dann musst du in die Lucky 5 Crew kommen oder einfach den Livestream schauen, jeden Freitag oder jeden Sonntag, das ist variiert immer. Spielen wir GTA Online, aber die, ähm, Aufnahmen und die Challenges, die wir machen, die bestimmt der Livestream-Chat, ja, was die ganze Community hier macht. Also wir sind jetzt 30 Leute in der, in der Gruppe, die sind alle wirklich mega geil, die haben auch mega alle Bock. Ich kann inzwischen auch mit denen kommunizieren. Und du, äh, kannst auf YouTube alle Folgen nachgucken, die kommen alle zwei Tage online oder du bist mal live dabei und bestimmst mit die Challenges oder du bist live in der Crew, ja. Wenn du im Stream dabei sein willst, dann einfach twitch.tv slash heiltraun findest du unter dem Video verlinkt und wäre wirklich ein super schöner Chat, ja, die sind alle sehr lieb und alle geil und alle nett und, ähm, wir machen heute eine sehr lustige Challenge, aber als erstes ist der liebe Goukeng da. Wir gucken gleich mal, was der Chat vorschlägt. Ich hab schon ein paar Sachen gelesen. Goukeng, äh, ist auch da und Shark ist da. Ja, die beiden spielen heute mit. Goukeng, für alle, die den Herren nicht kennen, das ist der Kater aus GTA Roleplay und Shark ist der Herr, der mit mir immer, ähm, Rainbow Six spielt. So, viele haben sich übrigens auch gefragt, wo Shark ist. Warte mal, Shark, ich lade dich mal ins Büro ein. Jo. Du müsstest jetzt eine, äh, eine andere bekommen. Ja, Goukeng, dann zeigt mal deinen Charakter. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich warte mal hier. Jetzt, jetzt kommt die große Entüllung. Eigentlich müsste man jetzt noch Musik abspielen. Welche Musik? Und ich bräuchte noch ein BMX-Rad. Welche Musik? Welche Musik müsste man abspielen? Ich spiel mal, äh, ähm, ähm, kennst du die Melodie von Saw? Mach die mal nach, du kannst das so gut singen. Boah, kann man nicht. Doch, du schaffst du. Du musst das eine andere machen. Was? Versuch doch mal. Ja, komm. Versuch. Wie soll ich das nachmachen? Ja, wie geht dir denn? Wie sieht's du denn aus? Ja, du bist aber ziemlich dick. Mach mal die Maske ab. Wie sieht deine Figur denn aus? Warte mal. Dün 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 Ich glaube, ich lade jetzt gleich mal alle ins Büro ein, Alter. Dann machen wir mal eine richtig schöne, dicke, fette Hausparty hier. So. Ich will erst noch... Aber warte mal. Ich habe meine Klamotten auf einen Moment. Was hast du? Ich ziehe mich hier ganz schnell um. Wer denn aus, Alter? Hey, was bist du denn, Alter? Hey, du bist kein dunkelhäutiger Charakter? Nee, ich habe meine... Alter, was hast du denn gesmoked, Junge? Guck mal, deine... Junge, du bist... Alter, was hast du denn gekifft, Junge? Ey, aber die Frisur... Die Frisur ist nur wegen dem Kostüm. Achso. Ich gehe gleich wieder zur Friseur und... Ja, Mann. Kaufe ihm meine anderen Abrechen. Schau, mach mal deine Mütze ab, dein... Alter. Ey, was für eine Mütze, Junge? Dein Dings, was denn? Mach mal ab. Ja, mach ich mal. Zabba, ich will gerne wissen, wie du aussiehst. Das ist sowas. Boah. Weg, 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 weg. Wenn du auf deine Tastatur schickst, sage ich jedes Mal, dass bei mir das Haus zusammenbricht. Weg, 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 weg. Ja, so. Hä? Hä? Was ist das denn? Warum hast du ein Gesichtstattoo? Ist das eine Karte oder so? Ja, ungefähr. So sieht Shark übrigens auch in echt aus. So. Zieh lieber wieder die Maske auf. Okay, ich lade jetzt alle ins Büro ein. Geht das? Kann ich alle ins Büro einladen? Einfach alle? Ich mach mal einfach alle. Boah, jetzt ist hier voll die Hausparty gleich. Pass mal auf. Ey, wir müssen einfach alle auf die Yacht gehen und saufen, Mann. Das wär auch mal geil. So, warte, ich lad alle ein. Oh Gottes Willen, hier ist jetzt gleich Krieg. Benno? Jetzt werde ich ziemlich mal lieber wieder um. Warte, ich komm gleich wieder. Wie, benutzt du jetzt einfach mal einen Schrank oder was? Ja. Ey, das sind meine privaten Gemächer. Was machst du denn hier? Hey, hallo. Warte mal bitte. Ziehen sich mal aus. Das ist jetzt mein Schlaf gemacht. Hallo, wir machen ein Roleplay, hallo. Gehen Sie bitte aus meinem Schlafzimmer raus. Was war das denn? Was ich auch nicht, Alter. Hä? Wer ist denn die Schwester? Oh. Geil, Alter. Hä, was ist das denn? Das LSPD hier oder was? Äh, ich hab keine Drogen. Hat der gerade der Philipp so getan, als ob der meine Sekretärin nageln will? Philipp? Philipp, lass meine Sekretärin in Ruhe. Was ist denn mit dir los? Oh, was ist das denn hier, Leckere? Alter, eine Krankenschwester. Was? Hey, wer ist das? Die hat nicht mal einen Namen. Das ist... Was ist das denn? Oh. Hm. Oh, hallo, Lady. Hören Sie mal. Ich hab da was an der Hüfte. Kommen Sie mal mit. Gucken Sie mal hier. Wer ist das? Oh. Wer ist das? Äh. Oh, da unten liegen 5 Dollar. Können Sie die aufheben? Nein, Scherz. Äh. Guck mal. Warum, warum kann ich den Namen nicht sehen? Entschuldigung, wer sind Sie, Lady? Wie heißen Sie? Ich kann Ihren Namen nicht sehen. Schreiben Sie mal in den Chat. Oder in den Chat. Was hat die denn? Äh. LOL. Was denn jetzt? Alter, Shark, geh mal raus hier. Das Privatsphäre. Guck mal, wie die alle spannen. Was? Guck mal, wie die alle spannen. Komm, Alter. Hä, wo sind Sie? Was ist das? Was ist das denn? Die ist Magic. LOL. Oh mein Gott. Was passiert hier? Alles klar, was ist denn jetzt los? Was passiert hier? Wenn die da dance und anderen... Das würde ich auch können. Wenn die alle am dance, äh, alle am spannen sind hier. Äh, Alter. Alter, schweißt du das? Alter, schweißt du das? Alter, schweißt du das? Alter, schweißt du das? Alter, schweißt du die Publis da rein. Komm, Alter. Dancen-Typ Tom Jones. Wer ist das? Ist das so ein Scheuer, oder? Das ist so eine Scheiße. Alles klar. Warum ist hier ein Adler? Was passiert hier? Der Adler bin ich, Mann. Ach so. Ich bin Rutsch, ne? Lass mich. Äh, Junge, hab ich das vermisst. Ist ein bisschen eng hier, oder? Ich glaub, die hat genug. Ja. Ich glaub, die hat genug. Okay. Komm, wir müssen mal hier aus dem Gebäude raus, glaub ich mal. Hä? Ist jetzt was, Mann? Ich bin verwirrt. Sind alle so gleich hier raus. Komm, wir besprechen uns alle mal beim Besprechungszimmer. So. Komm, zu dieser fetten, zu dem Tisch da. Ja, Mann. So, stellt euch mal alle auf hier. Jeder, ne, die Resslichen an der Wand und so. Wir machen jetzt ein Besprechen, was wir heute machen. Komm. Boah, ich ist eine Karte. Ich will die mal schweißen. Guck mal hier, Leute. Wenn es hier draußen sind, alle gefreezt. Was? Macht ihr die Challenger draußen, oder was? Hier die, äh... Warte mal, ich guck gleich mal. Ey, nicht, dass die Frau oder die Person, die die Frau spielt, irgendwie, äh, ne? Meine Damen und Herren, schön, dass wir uns heute hier eingefunden haben. Ähm, heute stehen große Sachen an. Mein Penis. Ne, Schatz. Äh, also... Entschuldigung. Oh nein. Also, heute werden wir gemeinsam, ähm, zum Flughafen fahren und das in einem Konvoi, friedlich. Wir brauchen zwei Busse, Linienbusse. Wer macht sich bereit, diese zur Verfügung zu stellen? Heben Sie bitte den Arm, Freiwillige vor. So, ja, okay, keiner. Gut, das ist ja schon mal ein Anfang. So, äh, dann würde ich sagen, wir treffen uns einfach mal alle unten. Alter, aber der Start ist schon geil gewesen mit der Tussi da. Ah, welcher Datz? Nice. Boah, Junge, was ist denn hier los? Ey, guck hängen. Ja. Wollen wir auf ein Dach abhauen mit dem Flugzeug, Alter? Ja, komm, schnell. Ja, das ist viel zu früh. Red auch nicht ingame, das können die nicht. Kurz warten, bitte. Komm, du musst aufs Dach. Ja. So. Schnell, 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 schnell. Jetzt sind alle auf dem Dach, pass auf. Oh, erstmal schön frische Luft. Hilfe. Was ist denn da unten? Warte, ich geh mal gucken. Seid ihr auch auf dem Dach guckigen und so? Ja, nice, Shark. Ich will das mal sehen, was ist denn da unten? Seid ihr alle gefreezt? Ja. Okay, wir... Ja, halt's Maul. Warte, wir kommen mal runter. Ich stehe direkt auf dem Eingang, man kann mich nicht bewegen. Ich höre jetzt mal erstmal niemand. Ui. Oh, mein Gott, ich knall gegen das Haus. Oh, Alter. Das geht ja kacke, ne, manchmal. Ich bin auch teilweise... Also, ich kann auch nicht laufen oder so. Was? Bist du auch gefreezt? Ja, warum auch immer. Warum bleibt der denn da so? Was ist denn da? Wenn ich mich nicht irre, hat immer ein Fallen, was mein Hacker gesagt. Aber ob das jetzt stimmt? Alles klar, da eine fliegt sich erstmal fett gegen das Haus. Ich bin auch gegen das Haus. Ich höre die ganze Zeit, um wen, welche Leute... Boah, Alter, die... Ich kann leider nicht aufstehen oder so. Was passiert denn bei dir? Also, ich kann nicht springen oder laufen und ich kann nur ganz normal gehen. Wo bist du denn? Oben noch auf dem Maze-Bank-Tower? Ich kann auch nichts auswählen und so. Kannst du versuchen, dich runter zu stützen? Willst du wahrscheinlich nachschreien? Das ist bestimmt die Krankenschwester des Todes, Alter. Ja. Das ist 100% die Krankenschwester, weil die hat auch keinen Namen. Ja, Fallschirm habe ich jetzt hinbekommen. Ah, hier sind die alle. Guck mal. Hier. Mufflord, töte mich. Wer ist denn gefreezt? Alle, die sich nie... Ja, okay. Ich würfel töten. Ich kann dich nicht töten. Wirklich nicht. Geht nicht. Oh, Alter. Scheiße. Ja, ich... Ich schnack davon aus, dass du wirklich eine Hecker auszuhaben. Alles klar, Junge. Warst du das? Ey. Manche Leute, die sind gefreezt, ne? Kannst du nicht töten, guck mal. Der ist denn unsterblich. Guck mal. Warte mal, habe ich jetzt gerade richtig hingegebracht? Egal, das stand doch. Ich kann ihn nicht töten. Was ist das denn hier? Ich kann auch nichts machen. Was? Ich bin gelandet, aber ich kann halt wieder nichts machen. Gehen. Ich bin hier vor dem Maze-Bank-Tower unten. Bei den großen Autos. Ja, dann wäre der Waffe vermahnt. Wo, wo, wo? Wo der Gelder wagen hier. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Okay. Wo ist der Gukeng? Ich suche den gerade. Schau, wo bist du denn? Wo? Da ist er doch Gukeng, du läufst doch. Geht doch. Aber mehr kann ich, ich kann halt nicht laufen. Ich kann nicht springen. Ich kann keine Ausnahme ausgehen. Kannst du gar nichts machen? Ach, wie doof ist das denn? Leute. Muss doch nicht sein. Meil, ich schlag dich kaputt, Alter. Du schlägst ihn. Ich kann ihn nicht töten. Guck mal. Aber jetzt. Geil. Alter, der hat einen Fisch hier drin. Guck mal. Warum sitzt hier ein Fisch? Ja, wir haben Mühe so schön im Motor. Warum sitzt hier einer mit einem Fisch? Hey, warum hat der Fisch hier im Auto? Was ist denn das? Leute, was ist hier für Karren stehen? Okay. Also, wir müssten eigentlich versuchen zum Flughafen zu kommen mit einem Bus. Aber wir haben leider noch keinen, ne? Ich weiß leider nicht, wer der Hacker ist. Es tut mir echt leid. Kann ich sagen. Der Shark fährt erstmal hier BMW, Alter. Steck mal einen Shark, komm. Gukeng, komm. Kannst du hier einsteigen? In den, in den, äh... Alles gleich. Hier, Gukeng, hinter dir. Guck mal, andere Seite. Ja. Goll. Hier, komm mal hier rein. Ja, jetzt kann der Gukeng hier nicht mehr einsteigen, Leute. Kann mal einer kurz auf der Rückbank... Kann einer auf der Rückbank kurz aussteigen, damit Gukeng reinkann? Oh? Also, kannst du mehr als nur die... Warte, probier mal jetzt einzusteigen, Gukeng. Ja, ich kann nicht mal gut an alles machen. Dennis, Bus ist da. Warte, ich versuche mal nachzujoinen. Ah, das Problem ist, Leute, wir haben wohl oder übel einen Hacker hier in der Gruppe, dass, äh, der Gukeng kann zum Beispiel gar nicht nach... äh, der kann nicht einsteigen, gar nichts. Äh, warte mal, kann mich mal jemand von euch killen oder so? Das geht nicht. Falls man das hört. Ich versuche das mal, warte mal. Der ist tot. Ja, danke. Ist er wirklich tot? Ja. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Naja, es geht. Jetzt kann ich wieder. Oh. Alles klar. Ja, geht wieder? Ja, ich bin, äh, jetzt bin ich wieder fit. Ja, komm in die Karre, komm in die Karre. Wir klauen Schak sein Auto. Leute, der Bus ist da. Warte mal, wir fahren alle mit dem fucking Bus. Ja. Alla. Alla, geht mal in den Bus. Ja, Alla. Sorry. Alle rein da. Kommt alle in den Bus, Leute. Ja, ja, steig einfach alle ein. Guck, kein gesteht erst mal der Leute kaputt, Alter. Steigen, wo bist du? Komm. Schnell, steigen. Gelberstern kann auch nicht mehr einsteigen. Doch, versucht der hinten gelberstern. Oh, was ist denn jetzt los? Steigen ein. Steigen, komm. Alla. Bist du, bist du drin? Ja. Seid ihr alle in den Bus? Ja. Wir fahren einfach, komm. Die anderen, ihr müsst zum Flughafen nachkommen. Oh Gott. Okay, alle Challenge. Ja, Sky High. Digga, das ist eine Challenge in der Challenge. Wir müssen jetzt versuchen mit Sterne. Ne, haben wir gar nicht mehr. Achso. Was ist das? Was ist denn mit der Stern? Toll. Wir bauen jetzt erst mal schon ein Bus hier für Goukeng. Bus bauen. Geil. Guck mal, was für ein Konvoi, ey. Voll nice, Alla. Los, Mann. Alle die fliegen. Eigentlich müsste man so richtig fette Jamosinen haben, so in schwarz. Ja, Mann. Müsstens wir gleich auch mal machen. Was macht er denn? Mach doch gleich ne ganzes Konvo. Hä? Ja, die KI ist aber lustig. Ja, voll akkis. Juge, das ist eine Raketenuhr. Wir haben Goukengen mussten, wir töten, dann war der entfreezed. Jo. Oh, geil. Ich bin einmal gestorben. Und danach konnte ich wieder mich bewegen. Wie auf GVMP, oder was? Ja, genau. Weg da! Ich bin der beste Bus war EU-West. Ohm, sie lässt grüßen. Alter, die KI ist ja mega am desinken. Das war richtig, wie fährt der denn da rechts? Leute, ey, wir brauchen Sicherheitskonvoi. Ihr müsst vorfahren eigentlich alle. Oh! Alter, die Signalpistole, ne? Ja, man... Also geht ja auch alles. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall, dass wir hier sind. Wir fahren jetzt in die... Wir fahren jetzt in die Hot Alla. Boah, der guckt hier den Lambo-Typen an, ey. Ja, man. Übelst nice. Boah. Unge. Ey, warum schießt ihr auf unseren Bus? Wer darfst du schießen, Leute? Wir sind ein friedlicher Bus. Ah, geh weg. Wo, geh weg mit dir? Wer schießt denn da? Wir sind da in die hohen Tour. Das ist so nahm, ey. Scheiße, warte mal. Hat jemand einen Cargo-Bob und kann uns anheben? Ich glaube, wir haben uns verfahren. Oh Mist, wo sind wir denn jetzt? Lol, hier steht ein... Im Strand. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Strand hier ist. Ja, ne? Gute Jacht. Gute Jacht. Habe ich damals sogar im Kino geguckt, glaube ich. Was denn? Was hast du im Kino geguckt? Äh, den Film Sky High oder so. Ist man auch mit so einem Schulbus, äh, auf so... In eine Schule geflogen, sozusagen. So eine Schule im Himmel irgendwie. Ja, kommen wir gleich mal an, alle. Aber erstmal müssen wir jetzt, äh, zu Flugabend, alle, ne? Guck mal, Knastbus. Da fährt die gar nicht mehr mit. Ey, warte mal. Da jemand ernsthaft, äh, den Flughafen nicht gefunden. Ne, ich hab nur mal geguckt, ob, äh, der Strand noch da ist. Ach so, du fährst? Ja. Ah, okay. Was soll das denn? Warum ist da so ein leichtes... Äh, warte mal. Also, das wird auch nichts, ne? Hier sind nur die Bootsstege. Hier ist Seacars. Ja, ich kann auch mal gucken, ob hier noch alles ist, wie wir früher. Also... Nein! Nein! Was? Nein! Ey, das erinnert mich an diesen einen Film, wo man mit... Nicht aufsteigen, Leute, ich rette den Bus. Wo der Bus untergeht. Scheiße, wir brauchen einen Cargobob. Loki, hilf uns an! Ey, der muss uns abholen. Der Bus muss uns abholen. Der muss... Die Hupe. Hilf uns an, Loki. Wir haben eine Notwasserung, meine Damen und Herren. Wir haben eine Notwasserung. Irgendwann, wir sind hier bei, äh... Ja, hoch! Hoch! Ja, moin, Alter! Nice! Geil! Geil! Bring mich zum Land! Oh, Vorsicht! Was passiert hier? Fahr eher hoch! Flieg doch hoch! Hoch! Ey, wieso hört man den Rückwärtsgang? Hoch! 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 Ey, fährst du die ganze Zeit rückwärts? Nein, hoch! Nein, hoch! Notwasserung! Notwasserung! Helikopter hoch! Alter! Oh nein! Hoch mit uns! Ey, Dennis, viel Spaß! Was? Ich schwör dir, der Go-King ist halt der fette, Alter. Deswegen stürzen wir am... Nein! Warte, der Bus lebt noch! Wir schaffen das! Schnell, versuch's nochmal! Versuch's nochmal! Wir sind noch da! Wir sind noch am Leben! Du musst uns anheben, Alter! Wir leben noch! Kargobob! Wir brauchen zwei Kargobobs! Wir brauchen zwei Kargobobs! Ihr müsst uns hier rausholen! Alter, Challenge in... Challenge... Was jetzt?! Hä? Was ist jetzt los? Hä? Harry Potter! Ihr hättet mich grad fast zerquencht, Alter! Was? Was?! Schau schnell in den Bus! Was für ein Bus, Mann? Hier unten! Leute, ihr müsst uns hochholen! Hier, Luki, versuch nochmal! Komm! Wir brauchen mehr Kargobobs, Leute! Und wer aus dem Bus aussteigt, ist ne Muschi, Alter! Zwei Stück, ey! Alles klar, Junge! Wir gehen alle zusammen unter! Ey, oder wir holen uns hier ne kleine Jacht hier! Nein, nein, nein! Wir bleiben alle im Bus! Komm! Ihr müsst an die Community glauben! Die schaffen das! Die werden sterben! Oh! Ja! 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 Und jetzt hoch! Und jetzt hoch! Ja! Sehr gut! Nice! Hoch! Nein! Ja, der Bus hat's geschafft! Scheiße, Luki, ne? So! Ja! 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 Ja, der bestimmter hat sich geopfert für uns! Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Du geh'n drauf! Oh Mann! Alle lebst, nur er stirbt! Ich schwör euch, weil Schlag ausgestiegen ist, ging, der Bus jetzt hoch. Alles klar! Alles meine ne Schuld! Der Gerber Stern, Alter, ey! So! Hier ist noch ein Ersatz Bus, Leute! Ihr könnt mitfahren! So, alle die keinen Bus haben, können bei dem Prison-Bus noch mitfahren, ne? Der hier vorne. Ah, Mann, ey. Der Helikopter die ganze Zeit, Mann. Ja, geil! Warte mal, hier bin ich, hier ist falsch. Das ist überhaupt nicht der, der wozu draußen gefahren ist. Ey, was soll das denn heißen? Hallo, der Navi war kaputt. Warte mal. Muss man erstmal hier wenden. So, die Frage ist, werden wir mit dem Bus jemals am Flughafen ankommen? Wer hat denn hier einen Führerschein? Also, ich habe Personenbeförderungsschein. Aber jetzt geht's los. Tote oder lebende Person? Hä? Wer ist denn da jetzt einfach ausgestiegen? Mann, 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 ey. Mann, 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 was hier wieder los ist, Leute. Ey, dafür liebe ich, also... Klar, Hacker und so, ne? Aber dafür liebe ich, geht hier online, Alter. Das ist einfach so komplett, komplett bescheuert, dass es schon wieder geil ist. Vorsicht! Ah, Mann. Ja, Leute, auf YouTube. Die große Frage, wird dieser Bus lebendig ankommen am Flughafen? Das sind ja deine nächste Episode. Aber die Folge, die war jetzt schon wieder geil. Also, äh, Leute... Shark! Okay, alles klar. Ey, geil, geht hier, geht hier, geht hier. Ne, komm, wir nehmen dich wieder mit. So! Alle zwei Tage kommt dieses Projekt. Und wenn du bei deinem Livestream dabei sein möchtest, Twitch.tv slash heideltraut. Ich glaube, immer sonntags machen wir mal GTA Online. Ja? Also, wenn du bei einer Session mal dabei sein willst, wird es immer 19, 20 Uhr. Und wenn du es verpassen solltest, kannst du es auf YouTube nachgucken. Hau rein, Leute! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Mal!